Hallo und willkommen zu meinem dritten Teil von Lebensweisheiten. Heute geht es um das Thema Macht. Als sozialwissenschaftlicher Begriff bezeichnet Macht einerseits die Fähigkeit, auf das Verhalten und Denken von Personen und sozialen Gruppen einzuwirken, andererseits die Fähigkeit, Ziele zu erreichen, ohne sich äußeren Ansprüchen unterwerfen zu müssen. Die beiden Sichtweisen werden auch als Macht über und Macht zu bezeichnet. Macht gilt als zentraler Begriff der Sozialwissenschaften und ist als solcher in seinem Bedeutungsumfang umstritten. Macht zu erlangen ist kein einfaches Unterfangen und bedarf einiger Intelligenz und Geduld. Aber auch mithilfe einer mächtigen Miliz ist dies möglich, so kann man mithilfe eines blutigen Putsch an die Macht kommen. Dies können euch Diktatoren auf allerlei Kontinenten bestätigen. Um seine Macht dann auch weiter zu behaupten ist es wichtig jeden Widerstand im Keim zu ersticken, und die Meinungsfreiheit bzw. jegliche Freiheiten seiner Zellpersonen stark einzuschränken. Es ist eben einfach am besten wenn man die Kontrolle dann überall erst behält, so dass man problemlos einzelne Gefahren die sich für deine Macht ergeben mittels totaler Überwachung und totaler Macht entledigen kann. So viel nun zum Thema Macht für heute, falls Rückfragen bestehen könnt ihr sie gerne in die Kommentare posten. Ich hoffe es hat euch nicht gefallen. Also gebt mir einen Daumen runter. PS eure Videos sind schlecht muhahaha.